Jo, hallo, weiter geht's mit Cities Skylines. Unsere Stadt beginnt langsam sich zu entwickeln. Ich spure mal die Zeit ein bisschen schneller vor. Schauen wir mal in die Gebiete rein. Im Moment wird auf jeden Fall das Baugebiet genutzt. Wir haben noch keine öffentlichen Gebäude zur Verfügung. Wir können erstmal nur die Gebiete hier verteilen. Und hier kommt das erste Gewerbegebäude. Sieht aus, okay, ein Getränkeladen, ein Markt. Und hier entstehen schon die nächsten. Ein Restaurant. Ja, so langsam entwickelt sich die ganze Geschichte. Und auch die Gewerbegebiete werden langsam voller. Also die Industriegebiete meine ich. Wir müssen schon langsam mehr Flächen vergeben. Und da bietet sich doch an, unser Straßennetz weiter auszubauen in der Zeit. Ich mache die Zeit mal wieder auf normal. Übrigens hat man normalerweise am Anfang auch nicht die Autobahn zur Verfügung. Das ist auch durch eine Mod. Hier vorne brauchen wir dann wieder ein Autobahnkreuz. Können wir da hinten wieder zurück, möglichst am Rand. Und es wird auch dunkel zum ersten Mal. Ich mag es bei den meisten Spielen nicht, in den Dunkeln zu bauen. Ist natürlich sehr ungünstig. Aber gut. Ne, ich glaube hier bauen wir keinen weiteren Kreisverkehr mehr ein. Das wird sonst zu viel. Oder zu teuer. Und hier hatten wir ja genug Platz für eine Überführung. Können die, die nach oben wollen. Äh Quatsch, die raus wollen. Diese Strecke hier nutzen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön bunt aus. Schauen wir mal, wie es sich hier langsam entwickelt. Ja, die ersten prächtigen Häuser stehen schon hier. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und dann können wir jetzt hier weiter an unsere Autobahn basteln. Wir müssen einmal von hier nach hier. Da können wir eine gerade Strecke nehmen. Oh, sie sind echt sehr gerade gekommen. Ja, perfekt. Wir sehen hier auch, der Verkehr kommt so langsam ins Rollen. Das ist natürlich noch nicht zu vergleichen mit dem, was noch bald kommen wird. Jetzt haben die alle noch eine recht weite Strecke zu bewältigen. Man fragt sich, wieso die so große Umwege fahren müssen. Aber das zeigt sich dann halt später, wenn die Stadt dann richtig groß ist. Wir brauchen dringend Industriegebiet, sehe ich gerade. Und da könnten wir ja hier hinten. Na, hier könnten wir eigentlich schön. Weil Industriegebiet braucht es sehr viel Verkehr. Hier über das Autobahnkreuz, das wirkt ja auch wie ein Kreisverkehr. Hier können sie auch wieder zurückfahren. Da kann... Auf jeden Fall hier unten. Ne, da könnten wir uns ja nachher noch ausdehnen. Da schließen wir uns nur ein. Ja, da machen wir hier am besten ein schönes Industriegebiet. Ja, es könnte Verkehr sparen, wenn sie das hier umfahren könnten. Wirklich schöne Idee habe ich gerade nicht. Ja, jetzt können wir wieder mit Koranisch-Koranzen arbeiten. Bis zu einem gewissen Punkt. So, und hier könnten wir nachher irgendwie noch später überlegen. Das sollte auf jeden Fall schön platt sein. Ja, schön, ja, schönen Platz bringen. Da fangen wir am besten... Fangen wir hier an. Dann brauchen wir nämlich nicht so große Stromnetze zu bauen. Schauen wir mal. Ja, bis hier vorne. Für die, die übrigens neu reinschalten, das erste Video findet ihr unten in der Playlist. Die ist in der Videobeschreibung drin. Und... Da seht ihr auf jeden Fall mal die Planungsphase, wie das von am Anfang aussah. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr da keine Folge. Wir machen natürlich auch Videos zu vielen anderen Spielen. Da haben wir natürlich im Moment unsere Favoriten. Ja, und wir sehen hier, der Verkehr, der füllt sich langsam, obwohl es dunkel ist. Ja, hier sehen wir ein bisschen die Uhrzeit. Wird natürlich interessant, wie sich das dann in der Rushhour auswirkt. Und wir schauen nochmal in unsere Steuergelder. Die wären natürlich hier... Man sieht gar nicht mehr so schön, wie viel Strom man jetzt hat. Vielleicht muss es auch mal einen Tag rumgehen. Wer weiß. Und hier fehlt natürlich Wasser. So, ungefähr. Ah ja, und hier sehen wir die Wasserverfügbarkeit. Ah, wunderbar. Und dann sehen wir das hier natürlich auch bei Strom. So war das. Ja, es ist schon ein Weilchen her. Dann kann ich jetzt ein bisschen runtergehen noch mit den Steuergeldern. Äh, die wir ausgeben für Wasser und Strom. Ah, das sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Aber das ändert sich natürlich auch bald, sobald sich hier noch mehr angesiedelt hat. Und wir brauchen wieder Wohngebiete. Dann können wir das Gebiet hier mal freigeben. Und dann sollten wir eigentlich so langsam so viele Einwohner erreicht haben, dass wir unsere ersten öffentlichen Gebäude bauen können. Mal schauen. Hier könnten wir ein bisschen Gewerbegebiet mit einstreuen. Oh, und dann könnten wir ja mal ein bisschen vorspulen. Aber wir brauchen noch mehr Gewerbefläche. Das ist ja meine kräftige Entwicklung. Ja, und da haben wir es. Da haben wir unsere ersten Gebäude, die uns natürlich jetzt auch schön ins Geld gehen werden. Vor allem die Mülldeponie und die Grundschule. Aber ja, alles eigentlich ziemlich teuer in dem Moment. Gerade wenn man dann zum ersten Mal, oder ohne Mod spielt, mit extra Geld. So, jetzt haben wir erstmal die Schule. Da werden wir sowieso mit der Zeit mehrere von brauchen. Und, na gut, das ist jetzt ein Modgebäude. Die Arztpraxis. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn hier die Krankheit grassiert. Nicht schön, nicht schön. Und nachher später wird auch die Feuerwehr teuer werden, die werden wir überall brauchen. Ja, hier jedenfalls geht der Plan auf, dass wir unsere Mülldeponie hinten bauen. Die können auf jeden Fall noch alles erreichen in dem Viertel. Ja, aber wir haben hier nicht mehr so viel Platz. Aber wir können hier nach innen nachher später auch noch welche bauen. Ja, und die Müllfahrzeuge fahren aus. Also klappt wunderbar. Das Bedürfnis nach Vierteln ist gedeckt. Wir schauen nochmal auf unsere Bilanz. Natürlich noch sehr, sehr in den miesen Strom. Ist nicht mehr ganz so viel im Überschuss. Und Wasser noch sehr viel. Können wir hier also noch ein bisschen runter gehen. Und für Müll brauchen wir wahrscheinlich auch noch nicht so viel ausgeben. Für Gesundheit vermutlich auch nicht. Na ja, Bildung. Wir brauchen nachher die höheren Einkommensschichten. Und schon wieder neue Baugebiete. Reicht das Wasser noch bis hier hinten? Ja. Das Schöne ist, das kleine Stromnetz, das verteilt sich automatisch. Können wir mal schauen. Deswegen müssen wir hoffen, dass sich halt bloß alles von hier nach hier hinten entwickelt. Das ist auch normalerweise so. Und die Stadt beginnt erstmal aufzublühen. Später können wir dann hier bei den Industrieflächen auch noch verschiedene Gebiete unterscheiden. Ah ja, jetzt wird die Fläche hier langsam genutzt. Ich spule mal ein bisschen vor. Und wir sehen natürlich hier noch keine Art von Stau. Ich denke, das sollte bei der Vorausplanung auch eigentlich ganz gut funktionieren. Wir können notfalls hier noch Anbindungen machen, falls diese Arme hier doch überlastet werden. Ansonsten gilt natürlich auch nicht mehr Kreuzung als nötig. Ein bisschen Gewerbe muss immer mit auch in die Industriegebiete, habe ich das Gefühl. Das schadet auf jeden Fall nicht. Die werden sich dann vielleicht nicht so hoch entwickeln. Aber das wird dann halt hier die normale Industrie, die wird auch natürlich Verschmutzung erzeugen. Aber das ist ja nur vielleicht der Außenbereich unserer Stadt nachher insgesamt. Oder halt nur so ein kleines Viertel und das niedere Viertel eher. Ja, die haben jetzt hier keine Stromversorgung. Ist der Strom zu niedrig? Ja, jetzt müssen wir das Budget hochstellen. In der Nacht wahrscheinlich noch mehr. Oh, und wir haben jetzt ein würdiges Dorf. Wunderbar, wir können ein neues Gebiet kaufen und Stadtviertel einrichten, die ersten Richtlinien machen. Wir können ein zweites Darlehen aufnehmen, falls wir jetzt in Geldnoten kommen. Polizei und Feuerwehr, die müssen halt recht schnell da sein. Und wir können jetzt jetzt auf Forst und Landwirtschaft spezialisieren. Was ich besonders begehrnenswert im Moment finde. Weil die normale Industrie ist doch sehr belastend für die Umwelt. Die Geschwindigkeit hat sich automatisch wieder normalisiert. Ja, hier sieht man schon die Verschmutzung. Was sagt die Mülldeponie? Die ist 2% voll. Na gut. Dann schauen wir mal in die Gebietsplanung rein. Die haben wir hier. Genau. Industrie-Spezialisierung. Dann müssen wir mal kurz schauen, wie die Rohstoffe hier verteilt sind. Also hier hätten wir Erz. Hier hinten haben wir fruchtbares Land und Wald. Na ja. Ist alles nicht so prall. Hier hätten wir so ein bisschen von allem. Wir hätten jetzt also von Erzindustrie den größten Vorteil. Was haben wir hier? Schwarz Öl. Hm. So viel zu Öko. Ölindustrie und Erzindustrie können wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein größeres Dorf. Sozusagen. Nee. Also dann müssten wir, wenn dann hier hinten ein kleines Gebiet machen. Können wir ja eigentlich auch. Wenn wir die Stromversorgung am besten ein bisschen hinten hinkriegen, dann sparen wir uns ein bisschen. Hier fehlen Arbeiter. Das Viertel ist hier so langsam voll. Sagt die Stromversorgung. Ist noch gut. Mal schauen, dass wir möglichst viel Platz noch rauskriegen aus der ganzen Geschichte hier. Ah ja. Muss ja ein bisschen ansprechend sein. Wo es so wunderschübsch jetzt auch nicht ist. Aber egal. Egal. Weil wir können hier auf jeden Fall noch etwas Gewerbefläche geben. Gewerbe sollte dann immer möglichst zentral sein. Das sind halt Einkaufshäuser meistens. Oder Kleinindustrie. Oder Kleinindustrie. Und die sind eigentlich eher gut für Wohngebiete. Die Polizeiwache. Und die Feuerwehr. Die Feuerwehr brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar nicht nur hier, sondern auch hier. Und zwar von hier kommst du überall am besten erstmal ran. Hier. Und dann brauchen wir hier hinten auch schon eine. Die kommt auf jeden Fall an das ganze Viertel hier ganz gut ran. Dann eine Polizeiwache. Eigentlich. Na gut, Kriminalität haben wir jetzt im Moment nicht besonders. Die wird aber nach und nach ansteigen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten, dass wir noch alles mit reinkriegen? Na gut, hier kommen wir bis dahinten hin. Das sollte ausreichen. Na gut, dann kriegen wir hier wenigstens alles abgedeckt, was erstmal da ist. Und eine packen wir ins Industriegebiet. Das geht natürlich wieder ins Geld. Ja, wir haben zwar jetzt schon weniger Ausgaben als beim letzten Mal, wo wir geschaut haben. Jetzt schauen wir mal auf den Strom. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Schlimmstenfalls wird es bald Zeit für das nächste Kraftwerk. Und ich schätze mal, Wasser geht noch. Wir müssen allerdings hier die Leitung vergrößern. Gut. Ja, das ist wie gesagt ein Gebäude aus dem Modshop. Ach Quatsch, aus dem Steam Workshop. Mein Gott, bin ich langsam verpeilt hier. Und wir brauchen noch mehr Gewerbeschläche. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Weil ich erstmal nicht mehr ganz genau weiß, was es exakt macht. Das könnte auch overpowered sein. Ich habe es halt noch nicht getestet. Und für mich wäre es vielleicht... Es wäre nicht so schön, wenn es dann zu leicht werden würde. Ich habe ja jetzt hier schon durch das Startgelten einen gewissen Vorteil. Aber ansonsten würden wir jetzt schon stehen und warten, dass wir die Balance kriegen. Hätten wir weniger Straßen vorbereiten können. Und müssten nachher dann mehr umbauen. Das ist halt so allgemein der Unterschied, wenn man mit mehr Geld startet. Am Ende muss man doch irgendwie eine Balance finden. Sonst geht man hier pleite. Und immer mit dem Strom und Wasser knapp kalkulieren. Ja, Skyline haben wir jetzt im Moment noch nicht so richtig. Ah, hier fehlen Arbeiter. Da sehe ich gerade... Ausgehende Verbindung benötigt. Naja. Ja, wir haben ja natürlich jetzt automatisch ein bisschen überflüssige Straße, die auch Geld kostet. Wahrscheinlich wird es generell die Autobahn sein, die man jetzt eigentlich noch gar nicht bauen könnte, die hier richtig ins Gewicht schlägt. Von daher... Ja, wir können unsere ersten... Huch, ne. Erfolg will ich nicht bauen. Ersten einzigartigen Gebäude bauen. Statue der Industrie. Oh, und eine winzige Kleinstadt. Ja, da haben wir wieder neue einzigartige Gebäude. Wir können jetzt Park aus so einen Freizeitmöglichkeiten bauen, die Schule... Ähm... Achso, neue Richtlinien. Ja, klar. Und... Eine Oberschule ja auf jeden Fall. Weil auch das da noch eine Schule war. Ich brauche hier noch kurz die Stadt der Industrie. Und ja... Ja, da fehlt schon Wasser, wird alle... Ja, jetzt geht es natürlich los, dass die Stadt richtig wächst. Und wir haben sogar finanziell ein Plus im Moment mit den neuen Gebieten, die wir hier hinten erschlossen haben. Allerdings auch eine Unterversorgung. Bis so langsam kommen wir hier aus den Miesen raus. Brauchen aber dann bald wieder neue Kraftwerke und so weiter. Und dann... Ja, die mehr als die Hälfte des Geldes ist schon weg. Und noch ist die Stadt hier viel kleiner als geplant. Wir können sogar hier schon ein neues Gebiet kaufen. Da werde ich das hier auf jeden Fall nehmen. Zack. Und schon sind wir natürlich wieder ein Stückchen ärmer. Haben aber jetzt auch mehr Baugebiet. Ja, wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Playlist. Ähm... Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Daumen runter, wenn ihr sagt, City Skylines, nee, das ist nix. Oder gerne in die Kommentare, was noch besser gemacht werden soll. Ich weiß, hier war ich jetzt ein bisschen verpeilt. Sorry, Leute. Aber beim nächsten Mal bin ich wieder fit. Bis dahin.